BigBlueButton – das Whiteboard In BBB kann man jede Folie einer Präsentation annotieren und so als Whiteboard nutzen. Im Hauptmenü an der rechten Seite finden sich die Grundwerkzeuge. Auswählen, Fläche verschieben, das geht nur, wenn man gesoomt hat, Malen, Radieren, Formen zeichnen, Rechteckkreis, Dreiecklinie, Pfeile zeichnen, Text schreiben und Notizen machen, sogenannte Sticky Notes oder Post-its. Formen kann man mit Text beschriften, hierfür einfach Doppelklick in die Form und tippen. Über die rechte Maustaste kann man Formen außerdem duplizieren, spiegeln oder auch sperren. Auch Tastaturshortcuts erleichtern die schnelle Arbeit mit dem Whiteboard. Die Gesamtübersicht lässt sich rechts oben einblenden. Die wichtigsten Befehle sind P für Pencil, E für Eraser und T für Text. Wenn man den Stil der Elemente verändern möchte, kann man das über das Menü Stile machen. Hier kann man die Farben ändern, Formen farblich ausfüllen, den Stil der Striche ändern und die Textgröße. Über Offenhalten stellt man ein, dass das Menü geöffnet bleibt. Man kann Annotationen hin und her schieben, ausschneiden und einfügen und auch in der Größe verändern. Zum Zusammenarbeiten kann man den Mehrbenutzermodus, der sich unterhalb der Präsentationsfläche befindet, einschalten. Eine annotierte Folie kann sich jeder herunterladen.